Hallo miteinander, mein Name ist Viviane und ich bin für die Kommunikation zuständig bei Betty Bossi. Meine Kitchen Hacks sind Traubenraupen. Mit Traubenraupen kann man Früchte den Jungs und Mädels viel einfacher unterjubeln. Dazu nehme ich ein Holzstäbchen und nehme eine Traube und fädelte sie quer auf das Holzstäbchen. Bis ganz hinten fädelte ich hier auffädelte. Jetzt haben wir auch die Räubchen, jetzt kommt das Gesicht dran. Dann nehme ich eine Erdbeere und schneide hier hinten das grüne Stiehle weg. Dann stecke ich das Gesicht ganz vorne hin. Dann kommen zwei Fühler dran. Das sind so kleine Nusssplitter. Und dann mit Schokolade noch die Augen hinmachen, damit der kleine Kerl auch etwas sieht. Und schon ist es fertig.